Delicious guy Wir sind wieder da Und Diesmal sind wir wieder in meiner Lobby Wie ihr seht Ich und er Wirbelsäule gesammelt Schädel, Unterkiefer, Beckenknochen Und ein Usherbrett Mit so einem Usherbrett Bumsens Mal gucken was wir noch alles so finden Ich seh immer noch mein Stuf Ja bei mir ist das was ich gefunden hab Als es bei dir drin war sah ich hab ich deins gesehen Also ich seh bei mir hier noch den Spiegel Ne den hab ich nicht So Was machen wir denn heute Wo gehen wir denn auf Jagd Wo gehen wir denn auf Jagd Wo gehen wir denn auf Jagd Können wir hier Camp Woodwind machen Cool So was nehmen wir denn mit Haben wir unsere Pakete gemacht Ich hab mal mein Paket 1 hinzugefügt Ich hab mal mein Paket 1 hinzugefügt Haben wir alles? Ja Sieht so aus ne Ja Gut Stativ haben wir auch noch gar nicht genutzt Salz auch noch nicht ne Ja Müssen wir eigentlich benutzen Let's go Let's go Let's go Let's go Yeah let's go Oh let's go So Okay Let's flutsch Was haben wir denn hier? Nancy White Sie haben 4 Stativ und 2 Kameras Ja Nice Wayne Ist halt The Drain So Abfahrt Freunde Ah Das ist das hier Ah das ist dunkel Ich muss erstmal alles hier rundig rum ausmachen Das ist sicher gar nichts Oh Ey das ist das hier Boah leck ich mach Taschen oder was Das ist sicher gar nichts Meinst du dass das cheaten wenn man so ein bisschen den Gamma Wert hoch macht unter die Helligkeit Warte Wo ist denn dein Gamma? Ja man kann die Helligkeit hoch machen unter der Einstellung Ich hab auf 1 Bei mir ist ein 0,0 LOL Warte Mach auch mal auf 1 Boah 0,0 ist ja leck mich am Arsch Ja und so hab ich die ganze Zeit gespielt Keine Ich hab nicht mal die Tür gefunden hab Geil Ich mach 1,2 so Okay mach auch 1,2 Ich mach 1,3 So Wo bist du? Ui Son Ja Wir haben die irgendwas gepatcht Mir kommt es vor als wäre der Kamerasensor kleiner den ich jetzt hab Kamerasende? Also Kamera halt das Bild was man hat Ja du hältst die weiter weg Achso Oh hast du den angemacht? Kameradacker Jaja 1500 Startingwards, 1200 Runningwards Ich finde er sich bewegt Ich muss mal sagen ich pack hier Mal so hin auf Weiß ich gar nicht was gibt es denn überhaupt alles Ich seh ja gar nichts mit dieser Lampe da Ich pack es einfach mal da hin Hast du den schon gefunden? Ne Ich pack es einfach mal hin So Perfekt Ich bin ja der Bewegungsmelder Mann Und da brauchen wir die Bewegungsmelder Mann Und die haben wir ja gar nicht dabei Nice Kacke Ah ja Sehr gut Geil So Taschenlampe, Kamera und Thermometer Hier liegt ein Joint Hier liegt ein Joint Ne ist ein Kuli LOL Das ist schon überall Joints Thermoskanne Das sind Glühböhmchen Was? Viele Glühböhmchen Sind es auch Glühböhmchen oder sind es Ops Wo ist du gerade? Ne Wo ist du gerade? Also Hinten links in der Ecke will ich mal behaupten Oh mein Gott Das Geräusch macht ja ein Sound Ah hier habe ich die Activity bei dir Hier? Ne 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 Hier weiter vorne Hier glaube ich War das irgendwo Ja hier hat er angefasst Hier habe ich auch den Mund Wo? Ich glaube er hat jetzt hier das Ding angefasst Hier drin? Ja ja hier Pira Oh Temperatur sinkt Ja der hat das Steinschen geworfen hier Temperatur sinkt immer noch Temperatur ist bei 3 Grad Maus sinkt weiter Ich lege es mal Ich lege es mal hier auf den Tisch Ich hole mal Finger länger Da steht in die Kamera rum Ja Was ein Geräusch Wink Wink Alter Ich bin nur noch bei 49 Ich bin einmal rund gegangen Und du bist bei 54 Kamera steht Aufs Zelt gerichtet What the hell Ja du bist jetzt hier so krank Haben wir schon das? Ne ne? Äh ja eben F5 hast du gesagt oder? Ne 4 nur Ne hier war das dann Hier war das Wo hast du denn da Überreste fotografiert? Äh schon Ich kann die Tür nicht zum machen Ich nehme mal noch Hast du Buch? Perfekt Ja er handelt Machst du weg? Oder ist das Non Activity Nein Activity Non Activity Ey kommt links Der kommt auf dich zu Ich sehs Oh leil Der ist verfickt schnell Nimmst du raus? Nein ich glaube ich geh drauf Ne Oh fuck Junge warum ist das schneller? Was soll das? Mann ey Das schmeckt dich auch noch richtig gut an Okay nächstes Bier aufmachen kann Boah Hast du Fingerabrücke gefunden? Ne ich konnte irgendwie dieses Fenster Also dieses Diesen Laken davon Hint ich mir zumachen Ne du musstest diese Tür zumachen Wieder irgendwie von unten links nach oben rechts ziehen Oder andersrum Aber das macht bei mir so komisch Hoch war was? Ne ne Halt das war ja nur das Zelt Oh mein Gott Friertemperatur Da steht er Oh er huntet Ja schlag mal irgendeinen Scheiß ein Oh fuck man Der Geister jemals Was ist das denn gewesen ey Ganz ja richtig gemobbt Übelst quick ne Du hast ja schmerzt Geil Scheiße Ich hab mal schnell nen Shade eingeloggt Vielleicht war das ja Geil Ja Geil 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 Ja Geil 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 Da kam doch irgendwie In ein Jumpscare Oder Ich kenn das nicht Aber da ist auch eine Frau auf einen zugeflogen Das ist nicht mehr so. Hier sind unsere Foto-Highlights. Tote Leiche, tote Leiche, Geist. War jetzt nicht so dolle. Ja... Meinst du, wir sollten mal die Schwierigkeit runterstellen? So, zumindest bis wir Level 6 da sind. Ich weiß es halt nicht. Was hat das hier mit den Zeichen eigentlich auf sich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich so ein Easter Egg. Ja, komm, was du mal für richtig fette Taschenlachm am Ende kriegt. Halle. Und Dots auch. Und die Kamera, what the hell? Das ist einfach eine 18k Kamera. Ja und hier, was für ein EMF? Ne, das ist Spresh. Spresh, stimmt. Nachtsichtgerät gibt es auch noch. Oder? Oh, das macht doch wahrscheinlich dann richtig viel Sinn, oder? Oh, Licht auch für den Kopf. Ist ja geil. Krass. Und diese... Bewegungsmelder-Dinge da auch. Ja man, durch die Kamera. Ui moi. Und so ein richtiges Weihrauchteil. Und diese Kreuze auch, krass. Und EMF auch. Und so ein richtiges Handy. Temperatur aus. Und so ein Ding. Uiuiui. Und richtig schöne Stubenfeuerzeuge. Ja gut, welches machen wir? Oh, die waren wir hier. Tanglewood Reif. Vielleicht können wir doch richtig gut. Wir können aber Tanglewood Reif. mit relativ wenig Supply machen. Und dafür aber auf... Wahnsinn. Einfach nur mit... Taschenlampe. Fotoapparat. Eine Kamera. Fingerabdruck. Temperatur. Buch. EMF. Und zwei Kruzifixe. Na gut. Und dann richtig... vorsichtig. Ich sag, wir gehen richtig gut drauf. Ich bin gespannt. Es geht halt super schnell. Gibt nur zwei Hinweise. Oh, der Bildschirm ist frakt. Ja genau. Sanity gesehen wir gar nicht. Bei uns ist ja eh egal. Aktivität sehen wir auch nicht. Ist der EMF dabei? Jo. Ich hab Thermometer mit und Kamera. Wo bist du? Hat was in der Küche berührt? Eine Gabel oder so? Okay. Direkt hin. Ja. Hier. Hier. Hier am Tisch ein Vierer. Okay. Gut. Dann müssen wir jetzt richtig das Spiel münden. Ops habe ich keine gesehen. Direkt mal ein Kruzifixe und ein Buch reinlegen. Ich nehme noch Dots mit. Schau mit den Dots dir mal hinterher. Vielleicht sehe ich den Geister. Gibt uns ein Zeichen. Hier sind Knochen. Haben wir Fotoapparat? Ne. Das ist gut. Wo bist du? Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Was tut es? Es gibt gar keinen Strom hier. Loll. Wenn dann im Keller. Hier ist aber auch ein Mund. Hier habe ich. Ich gehe noch mal kurz raus. Der öffnet. Der wechselt halt super schnell auch die Location. Wo bist du? Guck mal, wo ich jetzt auf der Kamera sehe. Mal ganz kurz den Strom anzumachen. Kamera sehe ich nichts. Noch nichts. Licht sehe ich jetzt. Das warst du aber. Ne. Ich habe nichts angemacht. Nur den Strom. Ich lege noch mal ein Temperaturenkruzifix in die Garage. Da hatte ich nämlich Mundfäule. Richtig feuchten Mund. So. Wo bist du? Deine Mutter ist hässlich. Gib uns ein Zeichen. Temperatur fällt ein bisschen Wie viel hast du? 0 1 Grad Ich check mal mit der Kamera Ich hab hier hingestellt Guck mal draußen Wo ich bin in der Küche, Abendessen kochen zusammen Servus, servus kamakomapa Nee, kamo, koma, opa Bist du dead? Bist du dead? Nee, noch nicht Karma, koma, opa Nice Oh, der handelt richtig lange Oh, du hast es überlebt Raus, raus, raus Der war im Flur Im Flur? Ich glaub so im Flur ist er Also der war Flurbad, der war richtig close Guck mal auf das Buch Ich hab ein Buch ins Flur gelegt Ja, mehr so Der Eingang Okay Wir sind rein, raus, rein, raus Und die Reckhand Im F hab ich gar nichts Nothing Jo, dann gehen wir wohl drauf Wo bist du? Oh, fuck Oh, fuck Ah, fick dich Ja, rip Bar mal Alter, mich hat er auch direkt gefickt Krass Alter, er hat dich geholt Und mich instant Der war aber auch in der Garage sehr aktiv Wahnsinn ist halt wahnsinnig, ne? Ein Raiju, ja Ja, okay Ja, Wahnsinn ist zu krass, das geht ja gar nicht Machen wir mal normal, also so mittler Wir müssen ja erstmal Level 16, wenn da mit mir so ein bisschen So ein Drachenschmaus oder was auch immer das für ein Kram ist da Dieser Nonnen Nonnen Not Ah lol, ich hab alle Salz verloren Oh, Salz, Stativ, Taschenlampe, Kruzifix Also Fortgeschritten quasi Ja Ich hab alles mal reingepatscht Bei mir steht Bewegungssensor auf vier Stück Wenn wir jetzt wieder keine dabei haben, weiß ich nicht was da los ist Soll das funktionieren Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts Ja Der, der schwarze, wo sein Ohr blutet Jawoll Er hat noch zwei Minuten schon Zeit, ne? Nice, ich bin der Bewegungsmelder Mann und ich geh mit dem Bewegungsmelder ran Sehr gut Geisterfoto im F-Messgerät Let's go Leise Bewegungsensor, jawoll, das kriegen wir hin Mach mal Licht Bruder, ich hab keine Lampe mit So, ich pack hier eins rein Ich pack hier eins rein Ich pack hier eins rein Und ich pack hier eins rein Gib uns ein Zeichen Garage ist kein Strom aus dem Keller Wo bist du? Deine Mutter Junge Wallabibi Irgendwas hat hier angemacht, oder? Ein Buch in die Küche Hier ist im Zimmer, glaub ich Ein Buch ins Wohnzimmer Ja Ausschlag fünf kurz Wo? Im Boys Bedroom Wo bist du? Wo ist es? Yo, dicker Fünfer, Boys Bedroom Jawoll Ich hab den Bewegungsmelder hier irgendwo dran geklatscht Guck mal Das leuchtet an die Decke, du weißt das? Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren Na gut, dann machen wir hier Fünfer haben wir später direkt Er wirft direkt wieder mit irgendwas Ja, dann hau da mal alles rein, was du hast Boah, das ist aber ein dicker Digger, dicker, dicker Äh, Salz Ich schmeiß euch mal ein bisschen Salz da hin Meine Hände stinken so nach Restmüll What the fuck? Müllmensch, Müllrechte Müllmensch Müllmensch, Müllmensch Schmutz Schnauze Halte Halte Hast du dir wohl an dein Ding gelangt, he? Ach quatsch Das würde viel schlimmer riechen Ja, man Verfault Eier oder so Habe so ein bisschen Popper zu hoch Gib uns ein Zeichen, du hässliches Kind Jawoll, er ist immer noch hier Mach dir noch Action-Maction Ohla Jetzt geht er ab hier Jawoll Irgendwie keine Fingerabdrücke Wieso kann ich das Stativ nicht hinstellen? Alter, deine Hände nach rechts nicht stehen Hab' man den Knochen schon gefunden? Nein Oh, er hat wieder Tür angelangt Keine Finger Finger sind raus Würde ich mal behaupten Schon frisst es rum Activity 9 Ja, noch 4 Grad Fußstapfen haben wir Fußstapfen? in salz so das funktioniert doch schon mal deutlich besser haben noch 70 haben wir überhaupt dots dabei? hab ich reingelegt wo bist du? bewegungsmelder warst wahrscheinlich du war gleich ich wo bist du? wie alt bist du? sag bitte 18 plus wo bist du? was heißen denn eigentlich Fußabdrücke? dann glaub ich schon mal kein Geist sein wie alt bist du? ah geh mal aus dem Bild oh ich hab den Geist gesehen orbs oh dots äh dots orbs haben wir auch dots und orbs jawoll du bist hässlich und deine Finger stinken nach Estel dots und orbs Buch hab ich auch schon reingelegt hat er was reingeschrieben? äh wir haben doch immer fünf dots und orbs haben wir doch schon ein Raijo Abfahrt Knochen auf Knochen auf Knochen auf Geld und Erfahrung wir brauchen Erfahrungen wenn du Erfahrung willst geh zu Alten oder? Traunen lernt man viele alten Leuten lernt man reiten nicht auf nicht auf alten Leute ja genau alte Leute lernen einem das Reiten genau ja man so mein Jung oh sie ist ja drauf und dann schwingst du dein Hinger tschakabum oh geht das Licht an da oh keine Licht ich bin ihre Finger nach Estel dann sind sie wohl an Null Mensch ich hab eine Kartoffel mit einem Gesicht gefunden was ist das denn? oh schönes Aussehen guck mal nimm die mal in die Hand und weff die mal du machst Geräusche hast du den Knochen gefunden? nö hab ich aber auch noch nicht ganz überall glaube ich ich soll jetzt drauf gehen na krank gibt es doch nicht wo ist er denn? Mensch ich hab alle Schränke in der Küche auf hä? gibt es den Knochen immer? ja ja na wer meint email Boxenorb ne Quatsch Dotz und Orb das ist ein Geschwänzt Raiju hab ich hä? EMF Dotz und Geisterorb ach Orb ja ups ups upsilupsi ja ja Abfahrt Abfahrt schlussikowski oder vom Geist ja sehr gut Pops an uns nice zünder und feuerlicht freigeschalten sehr gut so direkt mal rein ok level 12 zünder und feuerlicht freigeschaltet so hoppschnei so hoppschnei so hoppschnei was bringt das denn alles? ich hätt gern so ne Erklärung früher auspusten können ah das Licht das die kleine Kerze liefert sorgt dafür dass die Sanity etwas langsamer abnimmt die dann nur für eine kurze Weile denn der Wachs brennt schnell ab hält 3 Minuten 2 Meter Reichweite 33% weniger Abnehmrate Feuerzeug ah die brauchst du für Räucherwerken Feuerlichter ok manche Geister reagieren da auch drauf wenn die ausgeblasen werden greift man schon an und für Aufgaben brauchen wir die auch gut machen wir selber nochmal Abfahrt machen wir gar nicht lang rum ja Road to level 16 Abfahrt los geht's Road to 600 Road to your ASU Auuu 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 hh da hast du gar nix reingefügt ne oh fuck nice na egal quick and dirty quick and dirty ich nehm die Kerze wo bist duuu gib uns ein Zeichen ich geh direkt mal oh hier sind Spiegel jawoll hast du gefunden? er ist in ähm ich glaub hinten in dem Gang ist er drinnen tippe oder hier ich hab nur was flugen gesehen flug oder oben der ist da oben scheinwies wo bist duuu wo bist duuu seine Tür angelehnt ach hast du doch gesehen oder? ja ney nicht so wichtig hier ist die Tür angelehnt hier ist die Tür angelehnt da geht halt die Szene die guuuute runde ne ich bin das nur noch bei 70 hm hm wo wo bist du? hier am Keller grad hier wurde ne Tür aufgemacht bei mir ja wo wo ist bei dir? oben erster Stock erster Stock rein der Stock oh wo denn? hier Bad komplett außenrum ne ok recht zu spät wo bist duuuu gib uns ein Zeichen Zeichen wo bist duuuu hallo ich mach hier mal Salz Stimme rechts von mir zu spät weil grad Activity er 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 Oben in diesem Flur. Ah, da ist die Treppe hochgekommen und hat mich in nem Zimmer gebumst. Mach wenigstens ein Bild von mir. Ja, mit was? Haben wir auch nicht mal Kamera dabei? Nee. Ah, scheiße. Naja, du hast ja wenigstens nix reingecasht. Scheiß drauf. Was, loggen wir einfach irgendwas ein? Was loggen wir? Ich sag Juwe. Keine Ahnung. Ja, Hand hoch. Hand hoch ist immer gut. Aber ich hab jetzt so auf, äh... Wish? Nee. Wish? Temu. Messer bestellt. Nice. Militärknife. War umsonst, als ich die ganzen Leute angeschrieben hab. Ich hab jetzt bezahlt. Gar nix. War umsonst. Warenwert 150 Euro. Was kommt dann? Ist schon da? Ist alles schon da? Schon da? Messerschärfer. Massagegun. Komplett Ganzkörper. Tarnanzug. Ja, die hätt ich so gern, die Massagegun, ey. Die ist richtig fett. Also für China scheiße, die umsonst war, ist gut. Cool. So, jetzt, jetzt hauen wir aber nochmal rein hier. Hinzufügen. Ja, gut doch mal alles. Ups. Entschuldigung. So, jetzt, oder? Jetzt alles drin. Hm, Videokamera fehlt noch einer. War egal. Ja, drei Stück rein. Nein, alle, wala, wala, bipi. Wui, ja. Wurrra. 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 Guck. so bewegungsmelder mann ist da los geht's kein zeitvergehäuten abfahrt was ist der scheuss wo bist du wo die wunsenzeichen und ich mache auf deinen das ist egal nicht wo bin ich wo sind wir reingekommen ich komme gerade gar nicht klar egal was du genommen hast bitte teil was ist für ein haus hier hier vorne sind wir rein wo bist du hier in der küche atem activity 5 schon frisst eine minute gib uns ein zeichen wo bist du bist du im bad oder in der küche ist eine frau hast du gerade das licht ausgemacht rechts von mir was geworfen wahrscheinlich boys room oder kinderzimmer 14 sekunden schon frisst noch rechts von dir wo ist rechts von dir kinderzimmer in der küche küche habe ich so ein vierer an dem tisch was schmeckt mit zwei russer frau das kann nur gefordert ein etwas geworfen hier wo hier tasse ihrer nur dann ballern wir mal den kram rein feuerlicht ausblasen was haben wir oh bewegungsmelde flur flur zur küche hin jetzt andere seite flur also rechts von dir ja da rein da rein da war gerade shit ok 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 die läuft da rum ok küche oh komplett die läuft komplett küche waschraum esszimmer komplett links durch hast du salz hingepackt oder es ja oh das licht ist aus äh das oh ein Fünfer ein Fünfer lecker schmecke klein und rund da stecke ich dein Arsch he he alles jugendfrei hier oder klar hast du 18 angemeldet 18 ja sehr gut dann guck mal auf die kamera sehen wir ob's dots irgendwas äh die guckt quasi hinten waschraum links an der tür in die mitte rein ich mach noch eine rein so flur küche ok die ist jetzt durch die durch den bewegungsmelde gelaufen man hat sieht nichts wieder macht jemand noch eine andere naja das könnte schon auch gewesen sein wo bist du keine fußabdrücke ne wie alt bist du ah hier ist ein fußabdruck wie alt bist du wie alt bist du wo bist du wie alt bist du wie alt bist du lauf mal durch den bewegungsmelde durch ah da geht nicht an wie alt bist du hast du ein temperometer schon drin liegt äh auf dem tisch glaub ich in der küche oh ja minus grade minus grade yes jawoll jinn shade ohne oder die zwillinge zwillinge könnte vielleicht wahrscheinlich ne weil er sich so viel bewegt hat weil er auch von dem einraum und dann der waschküche und so also emf und gefrier hm geisterorb ist die zwillinge äh geisterbox geisterbox sind die zwillinge oh ne orb ist raus box wenn zwillinge buch ist shade und ultraviolette gin ja gut die box ist halt bäder ist hell ne die frage ist halt oh du legst die wand ab lecker schmecke ich habe noch beide genug wo bist du wie alt bist du wo bist du wo bist du öffne eine tür bist du freundlich schließe eine tür voilà villa bist du freundlich hast du die tür zugemacht hinter dir ja ja ok nur damit er die türen halt öffnen kann wo bist du öffne eine tür komm raus komm raus wo immer du bist wo bist du wo bist du gib uns ein zeichen wo bist du ist das eigentlich mit den dots wo bist du hast du was zugemacht ja wo bist du 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 Da waren Bewegungsmelder, aber gerade nichts gesehen. Wir können erstmal sondieren. Wir sondieren. Direkt links ist der Waschraum. Direkt was in die Kamera geschmissen. Ich hab's gesehen, wie der Wasser vor der Kamera geworfen wurde. Sicher, dass es keine Ops waren? Ja, das war ein rechteckiges Gegenstand. Ein Ringe, der alle Sackgesicht. Jawohl. Wie behindert sind Sie? Komm jetzt, zeig dich. Aktivität 5, jetzt macht er gleich was. Achter Aktivität. 9, 10. Wir müssen noch irgendwas sehen. Kannst du nochmal reingehen? Mal versuchen mit ihm zu labern. Dann schaust du nochmal, ob er darauf reagiert. Ich wollte nur einen Dotsen. Da bist du. Da ist noch schlimm. Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott. Also, Geisterbox auf keinen Fall, weil der Bewegungsmelder ist direkt vor mir angegangen. Dann hätte er ja geantwortet. Ich habe auch keine Dots gesehen. Mal schließen, ich schließe es mal aus. Geisterbox weg. Keine Dots. Gin oder Shade. Er berührt ja auch nicht so wirklich Türen. Schon meist viel mit Gegenständen berührt aber keine Türen. Vielleicht sollen wir die Bücher, wenn du die Bücher auf den Tisch und auf diese Ablage von, also diese Schneidablagen da legen würdest. Vielleicht, weil da ist ja eher so Spüle, Küche, Tisch. Ja, aber der Radius ist ja eh schon die ganze Küche, da wo ich das Buch hingelegt habe. Ja. Okay, sagen wir Geisterbuch raus. Dann ist es ein Gin. Ja. Dann hätten wir Orbs auf der Kamera, die wir ja nicht haben. Gin ist ja... Ne, Ultraviolett. Wäre Gin. Achso. Oh, wäre ja, ist ja eh schon raus. Ja komm, wir locken. Ich sag Gin, ja. Ist ja eh so ein... Komplausibel. Willst du mal Knochen suchen? Das ist eine 70er. Jo, ne, Abfahrt, Gin. Ganz klar. Ja, ein Gin zeigt sich ja eh ziemlich schnell schon mit einem Künfer am Anfang. Wir hatten ja als ANS-Kurse weißen, eben ein Künfer. Maybe stimmt die Theorie. Schauen wir mal, jetzt war es eh was anderes, safe. Ah, ne, war es schon. Die Zwillinge. Welcome back. There's some jobs ready for you. Fuck you. Also Box. Ja. Schade. Ja, ich kapier die Box nicht so ganz. Die hat wahrscheinlich auch einen der bis schlechten Radius. Drei Meter. Drei Meter. Durchmesser? Durchmesser. Re-Stock-Expected. Wollte mir das jetzt sagen. Ah ja, dann noch einer. So, haben wir alles? Dotz-Projekte könnten wir noch gebrauchen. So, hast du noch eins? Na dann, na dann. Kann doch nicht sein. Noch kein Cache heute. Bewegungsmelder Mann, kommt mit den Bewegungsmeldern ran. Ah, direkt was geschmissen hier im Flur. Direkt Vierer. Er will direkt Hallo sagen. Bomber. Vierer. Wirf noch was. Wirf was. Fass was an. Pass auf, dass er nicht dich anfasst. Das ist auch ein Ziel. Ah, na, schenke fest an der Kante. Scheiße. Jetzt bin ich hängig. Überall Bewegungsmelder hingeklatscht. Bewegungsmelder im anderen. Oh, er ist hier so Richtung Dinger füttern. Bewegungsmelder hinter dir. Hand, eine Hand, eine schöne Hand. Eine Hand? Jawoll. Jawoll. Was für Hand, Alter? Hand, Hand in deinem Schritt. In meinem Schritt. Was macht denn die Hand in meinem Schritt? Ja, hält dich fit. Oh shit, wo war die Hand? Bad, links. Oh, ne Hand. Küchtung, Boy, Bedroom. Oh, ne Hand, jawoll. Boyz, Bed, Rooms. Guck mal, ob er hier auch noch langstöppert. Oh, die Blogging. Ah, macht er nur zwei, Mann. Kamera steht. Orbs sind platziert. Orbs sind platziert. Äh, Dots. Ja, wenn wir die Orbs schon haben, ist ja easy. Okay, was ganz schön. Ich glaube, wir haben Geisterorbs. Ja, Geisterorbs. Benji, Hanto, Barke. Hast du einen 5er IMF schon? Ne, noch nicht. Nur Orbs. Was haben wir denn schon jetzt? Achso, Ultraviolett. Geisterorbs. Oh, Buch ist auch raus. Dots wäre noch drin. Na, ich habe es direkt draufgelegt. Also, wenn, dann läuft er da durch. Ja, ich mache nochmal einen im Flur. Da war er ja relativ aktiv. Ich habe da aber nichts gesehen. Lass mal noch den Knochen suchen. Passt nach einem 5er an. Ne, da ja noch. Lass mal noch den Knochen suchen. Gib uns ein Zeichen. Hat wieder was geöffnet. Hier aber nur, ne? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Hier? Öffne eine Tür. Ja, es will nicht höher als 4. Ich habe noch keinen Knochen gefunden. Keller schon geguckt? Ich habe alle Schränke hier erstmal aufgemacht. Ja, also, Dots kann safe nicht sein. Jetzt hätte ich das gerade durch die Kamera gesehen. Hm. Ja, ich gucke nochmal. Direkt durch die Bewegungsmelder gelaufen, da gerade, wo du hingeguckt hast. Nullo, dort so. Nullo, dort so? Äh. Dots sind raus. Können wir nochmal Gefriertemperatur gucken. Dingo hatte schon mal ein Ding hingelegt. Geisterbox ist raus. Gefriertemperatur aktuell. EMF, Geisterbuch, Gefriertemperatur. Ja, das kann wahrscheinlich, ist das ein EMF. Also, es geht die ganze Zeit auf 4, minimal mehr, aber... Hm. Irgendwie will er halt auch nicht so ganz viel höher. Gib uns ein Zeichen. Boah. Ja, Dots, der läuft die ganze Zeit hier durch, Dots ist es nicht. Die Temperatur ist eigentlich auch noch zu warm, 10 Grad ist zu warm. Da ist wieder gar durchgelaufen, hast du was gesehen hinter dir? Da läuft die ganze Zeit durch. Nee, 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 gar nichts. Öffne eine Tür. Das ist nur so 2er, 3er. Das macht er nicht so viel. Da hat er nicht so viel Bock, irgendwie. Nee, der ist auch nicht hier. Also, im Flur ist er auf jeden Fall. Da läuft der ja dauernd durch. Vielleicht krabbelt er am Boden, stell die Kamera mal auf den Boden, die auf dem 1-Stativ ist. Ja, hier macht jeder was auf. Ja, der macht die ganze Zeit noch Handabdrücke und so'n Scheiß. Ja, aber wenn er am Boden krabbelt, dann kann er doch den Bewegungssensor gar nicht da. Doch, der ist ja niedrig. Aber die Dots sind ja auch auf dem Boden. Ja, aber ich seh's nicht durch die Kamera. Ja, ich guck ja auch die ganze Zeit hin. Achso. Aber, wenn du möchtest. Jetzt wieder durchgelaufen. Ne, im App macht er auch nur noch 3er aktuell. Ich bin auch jetzt raus. Ich geh gleich drauf. Ja, nee, da ist nix. Sonst hätt' man das gesehen. Aber die Gefriertemperatur könnte auch noch dauern, ne? Du hast Safe Orbs, ne? Ja, war ein Freund da, oder? Mit der Kamera hab ich sie gesehen. Hau mal deine Lampe aus. Mit dem Finger haben wir Safe, den hab ich schon fotografiert bekommen. Die Orbs waren vorhin auch Safe da. Wo sind die jetzt? Ach, diese Minus-HD-Kamera, ne? Ja, du kannst ja noch 40% reinfuttern, wenn du Bock hast. Gönn halt nochmal. Ich weiß ja nicht. Also, Violett und Orbs, aber machen wir richtig. Dort ist der Safe raus. Gefriertemperatur. Dafür ist er eigentlich auch zu warm. Ich hab zwei reingelegt. Ich hab noch ne. Einmal kurz vor dem Garten. Einmal ganz vor Feuer. Elf Grad. Ist ja Safe zu warm. Es wär doch längst schon. D-Temperatur auch raus. Wenn du Orbs hattest, die haben wir's an meinem Orbs weg. Es schmeißt mit vielen Poltergeist. In meinem Leben. Haben wir Bücher schon? Buch liegt im Kinderzimmer, glaub ich. Nur im Kinderzimmer, manche verloren. Ultraviolett und Orb. Was ist ein Handhuru-Barke? Herzlich schon, wieder. Ja, du bist die Safe sicher, dass wir Orbs hatten, weil sicher halt gar nicht. Staubpartikel sieht man nicht, oder? Nee. Nee, also alles, was so nach links und nach rechts schwebt, müsste nur ob sein. Bei Schnee kann das auch, glaube ich, manchmal sein, dass oben runter kommt, aber es steigt nicht. Ich sag, du bist dir wirklich sicher, dass es Orbs war? Ja, ja. Weil ich sehe halt gar nichts jetzt, ne? Gar kein Orbs. Nullo. Ich sag, es ist ein Obaker. Hallo, Georgi, ja, Miller, nein. Hey, do you speak English a little bit, yes? But not the yellow of the egg. Good, and you? Not the yellow of the egg. Ja, lass mal hier, ich hab jetzt mal, was hab ich gesagt? Die Pobake. Pobake? Obake? Obake. O-O-B-A-K-E. Ja, stream often. Not daily, but often. Aber Obake. We try. We will see. If it can be... Ask your question. Bin mal g'spann, was jetzt rauscht. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Ask your questions. Das war ne Mimic, fuck off. Dann hat er den Orb gefaked. Ah, sowas geht auch. Ja, der kann auch nen Handabdruck faken. Dann sind's aber so sechs Finger. Weil wir die ganze Zeit jetzt kein Orb mehr gesehen haben. Ah, Dreck. Dann war's so ne Fake-Bubbel. Er will seine Work-Arbeit verkaufen, der Dude. Wie will ask the questions? By the way, I'm a graphic artist and I work with streamers so I'm wondering if you need any suggestion to your streamer I don't love Shade. Would you like to see my work? Ah, thank you for the offer, but, uh, no. Have a great day. Peace. Ja, irgendwann halt vielleicht. Ja, next year maybe. Okay. But, uh, thank you for the follow. So, welcher welcher Map? Jawoll. Ich kauf kurz noch mal ein bisschen ein. Ups. Farmhouse. Farmhouse. Jo. Ich hab viel zu viel reingetan. Zu viel gibt's nicht, Bruder. Ist dann halt nur traurig, wenn man stirbt. Was ja gar nicht oft vorkommt. Zeichen, Tiefel, Salz, Zünder, Taschenlampen, Feuer, Schlitzel, Feuer, Brück. Haben wir hier alles oder was soll ich noch reinhauen? Ja, ich hab jetzt mal ein Einziger reingehauen. So, so. Von allem eins? Dann mach ich auch von allem eins. Low cost. Und was du noch reinhauen willst, haust du rein. Wie du möchtest. Also gib dein Geld für mich raus. Passt, oder? Ja, DOS-Projekt, das könnten wir noch gebrauchen. Hast du doch einen, wenn ich mal so reinhauen? So. Abfahrt. Abfahrt! Ich sag mal, wenn wir erstmal Level 16 sind, ne, dann haben wir dieses Sanity-Medizin. Dann... Oh, bist denn du schon wieder mit deinem Müllrechner? Ja, da bist du ja schon. Wir haben schon wieder keine Bewegungsmelder. Scheiße! Du, Nubbel, warum haben wir vier Taschen? Scheiße, Alter. Ach, schmachst du. Du sollst mal weniger an deinen Fingern riechen, gell? Hm, lecker, lecker schmeck. Meine Finger riechen lecker. Oh, fuck. Das Farmerhaus ist ja wieder... Your Choice. Du weißt, was du voll bist. Ich will das Licht nicht an. Wo ist das Licht? Hä, wo ist meine Kamera jetzt hin? Warum stehen die hier? Ja, weil du kannst die nicht... Du musst die mit dem Stativ die ganze Zeit ausgewählt haben, sonst fällt die runter. Die kannst du ja nicht in die Tasche packen, mal so easy peasy. Okay, ich laufe erst mal durch. Das Licht ist im Teller, glaube ich. Ne, hinten links in der Werkstatt. Gefriertemperaturen, direkt links. Gefriertemperaturen. Also, äh, äh, Atem. Achso. So. Wo bist du? Wo bist du? Hier ist kein Atem mehr. Hier ist ein Knochen. Serio. Ö, den wollte ich aufheben. Schmuck. Oh, nö. Ich bin der Knubbelmann. Oh. Trotz? Ne, es schneit. Ich bin der Knubbelmann. Hey, kann man mir eigentlich schlicht mal auslassen, nur auf dem Weg hin und zurück. Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Ups. Öffne eine Tür. Oder lass es mal sein, wie du möchtest. Wo bist du? Uuuh. Uuuh. Wau, 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 wau. Ne, hier mag nicht. Ach, mag er nicht. Ich glaube nicht, dass er hier drin ist. Gib uns ein Zeich. Zehn Sekunden Schonezeit. Die Entsischen. Ich hab noch nie irgendwo im F. Ich geh trotzdem mal hoch. Wo bist du? Zeichen. Zeichen. Oh. Wo bist du? Wo bist du? Hm. Oh, hier oben. Hat er gerade den Ventilator angemacht. Ja? Ja. Da hab ich auch einen 3er MF. Activity 5. Also oben Treppe hoch, direkt rechts und nochmal rechts. Also ist das doch nicht da unten. Oben Treppe hoch, direkt rechts und nochmal rechts. Ja. Also, ist eigentlich kein Raum. Treppe hoch. Ja, wo der Ventilator summt. Mein MF brummt. Mein Fotoapparat liegt. Ah, nicht verwandelt. Ja, nochmal was. Wie ein weh gemacht. Ah, der ganze Zeit steppt. Ist du hier oben? Nein, ich bin oben. Ah, er hat hier oben gesteppt. Ich sehe das Licht gar nicht. Ich muss eigentlich mal checken, wie viele Dinge ich noch habe, ne? Gar keine. Bist behindert. Ja. Deswegen ist mein Kopf so leicht. Heiß in Luft bin ich. Genau. Gut, dass du es weißt. Wie kann man dein Gehirn auf Erbsengröße bringen? Aufbuchen. Ah, wohl. Ich bin geflasht. Oh, Gott, ich komme gar nicht klar. Oh, leil. Koffel Lobter, Alter. Und Koffel Robter. So, ich guck mal hier. Ich habe die Dots natürlich wieder richtig gut positioniert. Ja, also, er hat hier rumgesteppert. Ich packe die Dots nochmal woanders hin. Die bringen gar nichts. Where is die Dots? Alter. Das ist viel scheiße. Kamera liegt drüben auf dem Stuhl. Das sind halt Müll Dots, ne? Sie hat das so gesteppert. Guck mal hier so. Was ist doch der macht hier irgendwie Faxen? Oh, da hinten hat er Faxen gebracht in dem Licht. Äh, in dem... Och. Wallabilla. Er rennt richtig häufig rum, irgendwie, ne? Wo bist du? Bist du hässlich? Willst du dich nicht zeigen? Kann ich verstehen. Ich bin auch hässlich. Oh, ja, da direkt ist er hier. Er so hier. Ja, er guckt da da auch direkt sonst dabei. Ja, auch. Schade, dass wir kein untere Violette haben, weil dann können wir... Doch, ich schaff's da. Ah, dann schmeiß es auf den Boden irgendwo. Hier müssen Fußabdrücke sein. Nur der Crouch ist mal hin. Wenn's keine Fußabdrücke sind... Ist das egal. Ich sehe keine. Ich werde halt auch wieder weg sein. Ich stelle das Ding mal so ein bisschen rum. Ein Grad. Ein Grad. Ein Grad? Ein Grad ist besser als kein Grad. Und ist besser als kein Grad. Haha, okay. Mal was Lichter, sonst sehen wir vielleicht Orbs und Dottl. Die ludelt das. Ich will, äh, ein Juice hab ich denn noch. Du hast noch 77, ich hab 78. Oh, okay. Dann ist noch fein. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür. wo bist du fünfer fünfer beim so beim lichter beim singen ja aber mächtiger fünfer 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 mächtig guck mal kameras vielleicht haben wir was easy peasy schlammer blum also 5-1 hätte doch glaube ich jetzt irgendwie angegriffen wenn das aber ein djinn ist doch immer fünfer im f am anfang ich kann noch eine kamerade platzieren mit einem sprechmann lohn auf geht's ich bin so alt das macht immer noch spaß ja man crazy ich verstehe es auch nicht aber noch hier so ein die richtung vielleicht stehen da oder eigentlich schon einen knochen gefunden oder so wo bist du wie alt bist du naja sind wir noch nur so 3 grad wie alt bist du öffne eine tür wo bist du er könnte halt auch wandern ne ei das nicht schierig da gar keine aktivität uuuh was für ein verschissenes klo ne so langsam zu ende ja ich sehe auch keine dots und keine orbs hier gerade haben nur 5er im f gnochen haben wir schon ne ich weiß nicht haben wir ein foto habe ich doch am anfang schon gefunden achso wenn ich jetzt noch mal reingehe wird es sehr sehr kritisch kritisch ooooh ooooh ey der ist so schei meinst du er ist gewandert weiß es nicht so weiter nach rechts oder so wo bist du denn immer noch nur 3 grad einer stepper ist kein gar nichts ich glaube ich habe was gehört mit dem parabol mikrofon ist der haken da rechts haken mission hakenkreuz ne kein hakenkreuz ne ist nicht aber wegen so man hat viel geschlagen also wir können sagen dots sind raus geist ob ja auch raus ja das hätten wir es vorher längst gesehen 11 also ich habe nicht reingeguckt ja ja dot dot bin raus und ob raus finde wirklich ultraviolett aber er fasste keine Türen mehr an box wenn es zwilling oder spin fredtemperatur wäre das auch nicht so richtig hupschreiber grad nicht ich meine du kannst ja nochmal rein da bewegt sich was oder siehst du das das gesehen da jetzt wieder das nur ob oder in dem nebenraum dann das kann auch schnee sein als schneit grad kommt halt nur von oben ich meine und am boden siehst du das da in der mitte nahm mit der licht aus siehst es ja was ist und dann sagen wir halt wir haben uns in der scheiß gespenst ohne regorio nee das ist safe kein ohr wir haben am anfang einen 5er gehabt wahrscheinlich ein djinn wollen wir einfach mal einloggen djinn und raushauen ich bin dann ekelfertig danach was wo ist denn der djinn da boah hat es noch gelockt ja ich gehe jetzt noch einkaufen spirit ach trotzdem mal zwei und 50 cash abgeholt ja nix einmal haben wir den geister ausgefunden ja mann und haben 800 xp direkt gekascht ja sonst nix wir sind schlechte geister ja das wird schon noch früher waren wir auch gut irgendwie will er heute nicht heute war heute war nicht gut heute war nicht unser tag oh also Leute haut da rinne rinne spinne bis dinne tschüssi 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 tschüssi